Wir werden die Bekleidungsvorschriften für Staatsbedienstete ändern. Das Kopftuchverbot für Frauen wird aufgehoben. Die Bekleidungsvorschriften für Männer und Frauen verletzen die Freiheit der Religion. Wir können mit einer 10% Hürde weitermachen. Wir können die Hürde auf 5% herabsetzen und das regionale Wahlsystem stärker eingrenzen. Oder aber wir schaffen die Hürde ganz ab und grenzen das regionale Wahlsystem ein. Vergangenes Jahr haben wir an staatlichen Schulen den Weg freigemacht für Unterricht in anderen Sprachen als Türkisch. Jetzt wird es möglich sein, an nichtstaatlichen Schulen in einer anderen Sprache als Türkisch zu unterrichten. Wir können die Hürde verletzen. Wir können die Hürde verletzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.